Hallo allerseits. Das Osterfest nähert sich mit riesigen Schritten. Wir im VHS Bildungswerk sind schon mitten in den Vorbereitungen. Egal ob in unseren Werkstätten, im Näh- oder im Kreativbereich, überall werden bunte Osterdeko-Ideen umgesetzt. Aber schauen Sie doch selbst. Wir hier im Holzbereich bereiten aus den vorhandenen Materialien die Rohlinge vor, die dann in die Bereiche weitergegeben werden und dort werden kleine Schmuckstricke daraus entstehen. Hallo, Ostern steht vor der Tür und wir sind dabei für Groß und Klein alles mögliche für Ostern zu basteln, zu bauen und so fertigzustellen, dass wir alle Freude daran haben. Wir wünschen allen ein frohes Osterfest und bleibt gesund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch wir in der Nähstube sind ganz auf Ostern eingestellt. Noch ein Furt. Noch ein Furt. Noch ein Furt. so das waren also ein paar schnappschüsse die zeigen sollten dass praktisch in allen bereichen des hauses die oster vorbereitungen auf hochtouren laufen einiges ist schon fertig manches etwa zur hälfte und täglich werden neue ideen geboren die noch umgesetzt werden wollen wir haben also noch einiges zu tun bis dahin aber erstmal und beste grüße aus dem vhs bildungswerk in staßfurt und